Nein! Alarmstufe rot! Alarmstufe rot, Baby! Komm schon! Schneller, schneller, raus hier! Ich bin Zoe. DJ, die Sonne scheint schon. Paresh, raus aus den Federn! Und das ist Paul. Morgen, Deja! Morgen, Paul! Wir sind eine große Familie hier mit großen Träumen. Okay, aufstehen, ihr Schneckchen! Morgen, Mami! Wach auf, Ella, sonst poste ich das Bild bei Insta. Bei drei, zwei... Nein, nein! Ich brech dir den Finger, wenn du mich anfasst. Guten Morgen, auch dir? Tada! Luna, interessante Wort. Kleiner Vorschlag. Lass eine Sache weg. Guter Vorschlag. Puch! Der Trockner ist wieder hin. Wie kannst du so schnell hier unten sein? Durch den Wäscheschacht. Los, los, raus da! Wir sind keine Sekte, aber wir sind auf jeden Fall einzigartig. Nein, 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 nein! Danke! Dankeschön! Danke! 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 Wie war es, ob wir mehr Kinder hatten als normal? Ja, einige waren mir unbekannt. Wir sind die Bakers. Zehn Kinder und keine Nanny. Warte, du hast echt zehn Kinder? Also ich mag die Zeit mit meinen Kindern. Ja, ich auch. Ich natürlich auch. Ja, ich auch. Ihr seid so lustig. Auf euer Zimmer. Willst du nicht unseren TikTok-Tanz mit uns machen? Weil wir richtig niedlich und unglaublich süße Spätzchen sind. Ihr macht ihn falsch. Ihr müsst rückwärts klatschen und dann werfen. Das ist sonst peinlich für die Familie. Und jetzt auf euer Zimmer. Großer Gott, womit habe ich das verdient? Wichtig ist nur, dass wir zwei auf einer Seite stehen. Wer hat denn die Jackson 9 eingeladen? Seid ihr auf dem Weg ins Disneyland? Dann seid ihr hier verdammt falsch. Die Familie ist immer füreinander da. Mein Leben ist die Hölle. Ich kann mich nicht bewegen. Zum Glück bist du so durchschnittlich, dass ich dich verstehe, Paul. Du siehst nicht besonders aus. Hast nicht viele Muskeln. Los! Was spielt ihr zwei denn? Drag Race. Toll. Ich liebe RuPaul. Oh, Maya. Eltern! Alle schnell raus! Hey, hey, hey! Bleib stehen, bleib stehen! Oh! Oh! Mir geht's gut. Es war nicht so, wie es aussah. Das war also kein Fast and Furious Rennen oder wie. Wow. Gerade ist mir klar geworden, wir sind nicht schlauer als du. Nein. Was war ja. Bis zum được jetzigen qua. Gonna be like. Wir machen es gut. Was war ja. Untertitelung des ZDF, 2020